Hallo und willkommen zu einem neuen Video und zwar geht es heute um ein neues Apple-Produkt. Es ist kein neues Produkt, sondern eine neue Farbvariation für das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus. Und zwar geht es um die Wet Special Edition. Das bedeutet, es ist einfach die rote Farbe des iPhone 8 und des iPhone 8 Plus, wie wir sie schon beim iPhone 7 und 7 Plus hatten, wird es jetzt auch geben für das iPhone 8. Dieses kann bestellt werden ab dem 1. April um 14.30 Uhr und ab Freitag, dem 13. April, in verschiedenen Ländern gekauft werden. Deutschland gehört auch zu den ausgewählten Ländern. Das ist ja mal schon sehr gut. Das Prinzip der Wet Edition ist eigentlich, dass ein Teil der Erlöse gegen den Kampf der Immunkrankheit AIDS erlöst wird. Und ein anderer Teil des Erlöses geht dann auch an den Global Phone gegen AIDS HIV halt. Die Preise der iPhones, auch wenn ihr die Wet Edition kauft, werden sich nicht verändern. Das iPhone 8, das kleinste Modell, wird 799 Euro kosten und das iPhone 8 Plus 909 Euro. Und das war es dann auch schon. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen. Da verschiedene Leute große Fans sind von den roten Editionen und dafür sage ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!